Hallo, hallo, ich bin's wieder, euer Kai Adrian. Und ja, und es ist wirklich unglaublich, aber hiermit möchte ich mit euch mein 3-Jahre-Special feiern. Seit genau 3 Jahren habe ich nun diesen Kanal. Genau heute an diesem Tag, 2013, habe ich mich endgültig entschieden, einen neuen Kanal zu machen, weil ich Probleme mit meinen alten hatte. Und es ist einfach unbeschreiblich, was in diesen 3 Jahren alles passiert ist. Star Wars wurde verkauft an Disney und es ist eine neue Serie gekommen. Star Wars The Clone Wars wurde abgesetzt und es kam ein neuer Kinofilm. Ich habe ca. 1500 Abonnenten dazugekommen und es hat sich wirklich so eine Community gebildet. Nämlich kann ich mit euch immer in den Kommentaren diskutieren und das freut mich einfach riesig. Und deswegen habe ich mir einfach gedacht, was könnte ich machen, um eben das mit euch zusammen zu feiern. Und da bin ich zum Entschluss gekommen, dass ich eine Community-Aktion machen möchte. Und auf die Idee gekommen bin ich durch den YouTube-Kanal von The Click Productions. Den gibt es nicht mehr. Der hatte vor ein paar Jahren so ein 2-Jahres-Abonnenten-Special gemacht. Nämlich hat er seinen Abonnenten dazu aufgerufen, Mikromocks zu bauen. Und dann hat er daraus so eine schöne Diashow oder Slideshow gemacht, wie man das auch nennen möchte. Und das fand ich einfach klasse. War eine super Idee. Ich möchte etwas Ähnliches machen, aber eben nicht das Gleiche, weil das möchte ich natürlich nicht kopieren. Ich möchte, dass ihr mir Bilder von euren Mox schickt. Ich möchte nämlich einen Community-Brickclip oder so ein kleines Filmchen machen. Vielleicht auch etwas witzig. Aber dafür brauche ich eben unterschiedliche Landschaften. Und das möchte ich, dass das Bilder sind von euch, von meinen Abonnenten. Leute, die meine Videos schauen. Und das möchte ich, dass wir das einfach zusammen machen. Und da gibt es drei Bedingungen oder drei, sag ich mal, Voraussetzungen, damit das, sag ich mal, so gelingt, wie ich mir das vorstelle. Erstens möchte ich natürlich, dass ihr die Bilder in, sag ich mal, einer relativ guten Qualität macht. Also wenn ihr da eine Kamera habt, keine Ahnung, jetzt mal als Beispiel 2 Megapixel, das ist schon schlecht. Deswegen bitte ich euch, wenn ihr irgendwie eine Möglichkeit an eine andere Kamera habt, dann fragt Eltern, Freunde, Bekannte, was auch immer, damit das, sag ich mal, alles so einheitlich aussieht. Versuchen, so gut wie möglich die Bilder zu machen, damit das irgendwie so alles gut zusammenpasst. Als zweites möchte ich, dass ihr das aus einer bestimmten Position macht. Also ihr müsst euch das vorstellen, dass es so aussieht, als würdet ihr auf dem Balkon stehen und auf euer Mock drauf gucken. So ungefähr, so eine Höhe möchte ich das haben. Das heißt, ihr sollt nicht direkt das aus der Position des Mocks machen, also von ganz unten, aber auch nicht von ganz oben, vom 90 Grad Winkel, sondern so relativ schräg auf das Mock drauf gucken. Und natürlich versuchen, dass das Mock, sag ich mal, fast ganz im Bild ist. Ihr könnt ja ein bisschen Rand lassen, dass man zum Beispiel den Boden sieht oder den Teppich von euch. Aber es wäre schon schön, wenn, sag ich mal, das ganze Bild eben vom Mock ausgefüllt wird, damit das dann auch natürlich realistisch aussieht. Und ich werde dann versuchen, das auch in 16 zu 9 Format zu schneiden, damit ich das eben an YouTube anpassen kann. Und die dritte Voraussetzung ist, dass ihr möglichst versucht, etwas, sag ich mal, ja, kreative und unterschiedliche Landschaften zu nutzen. Also ich finde es jetzt nicht so schön, wenn tausend Einsendungen von Kashyyyk kommt und nur eins von, sag ich mal, Mustafar. Es wäre einfach schön, wenn ihr, sag ich mal, unterschiedliche Landschaften baut. Das heißt irgendwie, keine Ahnung, Wasserplaneten wie Rodea oder Kamino, Landschaften eben wie Kashyyyk oder Endor oder eben auch Lavaplaneten wie Mustafar oder eben auch große Städte wie Bespin oder eben auch Coruscant oder natürlich auch komplett andere Planeten. Hauptsache, es unterscheidet sich so ein bisschen von den Farben, dass nicht alles immer grün ist. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Es wäre einfach schön, wenn das alles so unterschiedlich ist. Und das wären meine drei Voraussetzungen an euch. Und wenn die erfüllt sind, versuche ich einfach, so viele Einsendungen von euch wie möglich zu benutzen, damit ich daraus so einen schönen Brickclip machen kann. Und ja, was ich machen möchte, ist, wie schon gesagt, einen kleinen Brickclip, wirklich einen kleinen, aber eben versuchen möchte, eure Bilder dort einzubringen, damit das alles, sag ich mal, tatsächlich eine Community-Aktion ist. Und deswegen werde ich mir da so eine kleine Story ausdenken, damit das alles irgendwie schön Hand und Fuß hat. Und da freue ich mich schon auf eure Bilder und werde mein Bestmögliches geben, um die Bilder passend reinzusetzen. Ich habe da schon ungefähr eine Vorstellung. Deswegen, es würde mich sehr freuen, wenn viele von euch mitmachen. Ich weiß nicht, wie viele da auf sowas Bock haben, aber wenn ihr wirklich zu den Leuten gehört, die schöne Mocks bauen können, dann würde es mich sehr freuen, wenn ihr da mir ein, zwei Bilder hinschickt. Es kann ja auch zum Beispiel auch ein bisschen unterschiedliche Perspektive sein. Das heißt, eins ist, sag ich mal, ein bisschen frontal auf das Mock gerichtet und die andere Perspektive ist, sag ich mal, ein bisschen seitlich. Also, ich würde mich da freuen, wenn da einige Leute zusammenkommen. Und wo ihr das alles hinsenden könnt, das packe ich auch noch in die Beschreibung. Und ja, es ist einfach unglaublich. Drei Jahre, es ist wirklich eine wirklich große Zeit, wenn ich mir meine Videos von vor drei Jahren anschaue und die von jetzt. Das ist wirklich ein großer Unterschied. Und ich freue mich einfach, dass sich so viele Leute gefunden haben, die meine Videos gerne schauen, mit denen ich auch mal diskutieren kann in den Kommentaren. Da bin ich einfach sehr dankbar. Und deswegen möchte ich etwas machen, was von mir und von euch kommt und für uns alle ist. Und ich hoffe, das wird gelingen. Und ja, und deswegen möchte ich an dieser Stelle sagen, danke für diese tollen drei Jahre. Wirklich klasse Unterstützung von euch. Das macht mir immer noch genauso viel Spaß wie vorher. Das war es für dieses Video. Und wie gesagt, ich hoffe, es werden einige Leute zustande kommen und mitmachen. Ich kann überhaupt nicht einschätzen, wie viele da mitmachen werden, aber hoffentlich kommen ein paar Einsendungen zusammen. Hoffentlich nicht zu viele, weil sonst muss ich ein paar aussuchen. Das war es für dieses Video und vielen Dank fürs Zuschauen.